Gilser Maren Gilser ist heute meine Assistentin Dies im Riech bin deine Assistentin Heute nicht, ja, danke, tschüss Und Maren Gilser, ich bin sehr froh, dass Sie hier und heute in der Sendung sind Ich auch Einmalige und nicht austauschbare Assistentin Maren Gilser Wand weg, danke Wir gucken einen kleinen Schritt weiter, denn dahinter wird jetzt gleich der Karton stehen Können Sie nochmal umgekehrt beschreiben, wie der ausgesehen hat Das ist das Blitzrad Die Farben, gelb, rot und blau sind die Schwierigkeitsgrade Und das Schwarze davon sind Bigis Finger, die aus Versehen die Kette angefasst hat Aber deswegen haben wir sie dazu genommen Schön, dass du da warst, denn hier kommt meine Assistentin Maren, die unvergleichliche Gilser Von meinem Assistententeam angeführt, von Maren Gilser Hier ist für Sie ein Lockenende VHS-Videokämpfer, oder? Wow, bitteschön, ja Gut, eine kleine Überraschung als Fähig Und die Medaille Bitteschön, die Medaille für Max Schiller Von Maren Gilser Feierlich überreicht Bitteschön, verbeugen Sie sich Und nehmen Sie dieses Wunderwerk entgegen Das ist unser Held, Max Schiller Und Sterling George Mein Assistent Goliath Und meine unverwechselbare Assistentin Nein, oh, Bibi Mein Gott, wir brauchen doch Niveau im deutschen Fernsehen Also vergesst, der Scheiß ist unten, oder kommt Knapplitz in das Band